Also so vorbald mal ein halbwegs guter Spieler ausfällt, ist halt nix da. Ist eigentlich, man traut sich auf Talente zu setzen, was wir ja offenscheinlich nicht tun. Master PH, danke für dein Stufe 1 Abo, besser Mann, kann ich nur zurückgeben, Digga, anderthalb Jahre schon Stufe 1 Abo, Digga, Liebe geht raus. Und Olic Sash, die geile Twitch-Sau, wollte ich schon sagen, Twitter-Sau, danke für dein Prime-Abo, auf 13 Jahre, auf 13 Jahre, ja. Ahu, Ahu, Salomon Kalou, sag mal, hast du gegen Nico FIFA gespielt oder was? Da gehe ich einmal wieder auf Twitter und dann sehe ich sowas. Der hatte ja davor auch schon Probleme, ja, blöd, halt ein bisschen blöd irgendwie, dass er dann letzte Woche in diesem Benefit-Spiel gespielt hat, das hätte er sich ja dann vielleicht sparen können. Aber nun gut, wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, vielleicht haben die Ärzte auch gesagt, es ist besser, wenn er vorher nochmal ein bisschen Einsatzpraxis sammelt, bevor er dann direkt ins kalte Wasser geschmissen wird, man weiß es einfach nicht. Naja, ich glaube, die Verletzung ist nach dem Benefit-Spiel wieder entstanden. Er hat jetzt unter der Woche teilweise individuell trainiert. Oder wie damals Michael Ballack bei der deutschen Pressekonferenz. Michael Ballack, Sie haben unter der Woche viel mit nicht ohne Ball trainiert. Was würden Sie sagen, dass es einen Vorteil gehabt haben oder auch nicht konnte? Kennt ihr diese Frage an Michael Ballack? Das ist also geil, wie er einfach versucht hat, die zu beantworten. Ja, zufällig gegen ihn gematcht. Wie geil ist das? Also zufällig, ja? Vielleicht war das auch ein Fake-Account oder heißt er da wirklich so? Hoffen wir mal, dass alles gut ist. Ey, das ist schon ein Wahnsinn, ja, dass ich hier mal meine ganze Hoffnung in der Abwehr auf Kämpfsätze. Aber man muss ihm auch, man muss auch sagen, nach diesem wirklich katastrophalen Start bei uns ist er ja auch wirklich mit zum besten Innenverteidiger avanciert und ist halt leider nicht zu ersetzen. Clemens hätte ja schon mal Bundesliga-Luft schnuppern können, die Talente bekommen, aber fast keine Chance, fragt mal den Ulrich. Ja, man könnte es jetzt mal probieren, man könnte sich mal trauen. Der richtige Zeitpunkt ist nie, um Talente einzusetzen. Der wird bei uns nie sein. Das war genauso, wie wenn jemand sagt, ja, was ich ja auch immer gesagt habe, ich sehe jetzt noch keine Kinder, weil das und das und das, der richtige Zeitpunkt, ist nie. Das ist übrigens genauso wie beim Investieren. Ja, also ich habe ja gesagt, ich würde es, Clemens, ganz ehrlich, ich würde es einfach machen. Dann mach meinetwegen rechts neben ihm noch Päckerig, dann hast du doch einen erfahrenen Mann. Hast einen jungen Mann, der motiviert ist. Also ganz ehrlich, wie viel schlimmer kannst du denn laufen? Eitschberger finde ich auch besser als Kenny. Kenny hat wirklich ein absolutes Formtief. Also Kenny würde ich, ja, gerade in der Dreierkette, der kann Schiene nicht spielen. Und der hat auch gar kein Selbstbewusstsein gefühlt, hat er einfach nicht. Also ich würde auch Eitschberger mal eine Chance geben, ganz ehrlich. Magath hat ihn ein bisschen verheizt damals, weil er ihm ein Derby auf die linke Seite gestellt hat. Aber jetzt ein Jahr später viel mit den Profis trainiert, Trainingslager dabei gewesen. Warum nicht mal ausprobieren? Aber in der Innenverteidigung zwickt es ja noch mehr, wenn Kämpf fehlen sollte. Basti BLN, danke für dein Primerbo. Hau he, mein Ha-Ha-Ho, meine ich natürlich. Mein Lieber, 14 Monate am Start. KB Wu schreibt, wenn man Spieler wie Oremovic und Rochel hat, sieht ein Kämpf wie ein gestandener Spieler aus. Wir haben ja gesehen, wie er neben Stark und Jordan aussah. Ja, das stimmt. Niklas Stark wäre wahrscheinlich im Moment unser bester Innenverteidiger. Meinst du, die Transfersperre von Köln bleibt bestehen, dann wäre Pacarada doch noch verfügbar? Tja, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das wirklich durchziehen, aber wer weiß. Ganz herzlich dein Buch. Da habe ich ja auch gestern schon in dem Talk und im Video gesagt, könnt gerne auch unserem Kanal KNIFE folgen, wo wir immer so Nicht-Härter-Themen besprechen. Ich schmeiße euch den Link nochmal rein, da haben wir auch drüber gesprochen mit Nico und mit Felix gestern. Weil natürlich hat, also Gerüchten zufolge könnte es ja sein, dass in der Vergangenheit der ein oder andere Klub gewisse Strafen auch mal mit, naja, sagen wir mal, gnädigen Geldbatzen, die unter den Verhandlungstisch gefallen sind, außer Fecht setzen lassen hat, beziehungsweise außer Kraft treten lassen hat. Und diese Möglichkeiten hat Köln halt nicht. Also wenn es so kommen sollte, dann direkt ran an Pacarada und auch an Frey, an dem er Köln auch interessiert sein soll. Aber direkt. Kurt Stiel, danke für dein Stufe 1-Abo. Hau, hey mein lieber, 10. Monat am Start, danke dir. Wir haben Jordan und Stark abgegeben und Uremo wird schon doch hell geholt, das kannst du dir nicht ausdenken. Tja, da kann ich auch nichts mehr hinzufügen, außer ein Ausrufezeichen. Das ist wirklich, es ist schon wild. Ich werde auch morgen nochmal zum Friseur und zum Barber des Vertrauens gehen, damit ich auch fresh aussehe für Freiburg. Bei der, bei dem 3-0-Auswärtssieg, dem ersten Auswärtssieg in Freiburg seit 10 Jahren, da muss man ja, da muss man gut aussehen. Ja, also ich habe da auch so ein bisschen, ein bisschen meine Probleme. Guck mal, bei Jordan war immer noch so das Ding, gut, der war halt auch wirklich ständig verletzt. Das war vielleicht noch so, immer wenn er dann mal die Chance bekommen hat, war er halt auch immer verletzt. Es ist jetzt die Frage, ob es Jordan schuld war oder die Schuld von unserer medizinischen Abteilung oder von dem, ja, von der Belastungssteuerung. Weil am Ende jetzt in Belgien, auch wenn die Liga nicht ganz so stark und intensiv ist, körperlich, in Belgien spielt er ja regelmäßig. Aber bei, also Niklas Stark war jetzt wirklich nicht, ich habe Jordan viel mehr gefeiert als Niklas Stark, aber der war ja immer fit, der hat immer gespielt. Der war jetzt nicht übermäßig, aber der war besser als die beiden, die wir da zusammengeholt haben. Ganz herzlich, dein, das ist einfach so. Jörg, Jocki, danke für dein Prime-Abo, 10. Monat am Start. Für mich, für mich. Ganz herzlich, dein, Michael, P-Punkt. Hört ihr die Alerts hier eigentlich? Oder sind die aus? Ich sehe hier nämlich gar nichts. Ah doch, hier. Für mich, Jens schreibt, für mich stehen die Absteiger fest. Stuttgart 18, Schalke 17, Hoffenheim 16, Hertha 15, Bochum 14. Du, gerne. Alles, wo wir über den Strich landen, bin ich mit zufrieden. Ich glaube irgendwie nicht, dass Stuttgart jetzt komplett, ich glaube nicht, dass Stuttgart letzter wird irgendwie. Jocki, Jocki, danke für dein Prime-Abo, 10. Monat am Start. Grüße aus der Mercedes-Benz Arena. Ich kann dich leider nicht hören, aber sehen. Was machst du, was ist denn in der Mercedes-Benz Arena schon wieder los? Aquarius, danke für dein Prime-Abo, 11. Monat am Start. Haui aus NRW. Beste Grüße an die Edelmann- und Edelfrauen-Community. Ey, wisst ihr, was gestern die übelste Frechheit war? Weil ich hätte mir eigentlich mal den Namen merken müssen. Gestern kommt hier einer rein und sagt, grüße euch, liebe Eselmänner. Ja, es war natürlich aus Versehen, weil das S an der Tastatur direkt neben dem D ist. Aber da hat er sich gerade nochmal retten können. Eselmann-Community. Selector schreibt, kennt ihr das Interview von Jordan, wo er genau darüber redet? Hertha hat Jordan als verletzungsanfällig kategorisiert, obwohl laut ihm 90% der Verletzungen von Gegenspielern her kamen. Ja, haben wir gesehen. Aber trotzdem ist es ja egal, wo die Verletzung jetzt am Ende herkommt. Ob die vom Gegenspieler kommt oder von einem selber. Das ist ja eigentlich irrelevant, wenn man ehrlich ist. Mastowassli, Alter, grüß dich. Musikstephan schreibt, ja, moin, habt ihr mal eine Idee für die Kanalpunkte hier beim Stream? Macht doch mal regelmäßig eine Wette 1x oder 2 für alle Zuschauer als Kanalwette auf für das nächste Hertha-Spiel. Liebe Grüße aus Bremen. Ja, wir haben auch öfter schon Kanalwetten gemacht. Haben wir auch schon gemacht. Machen wir auch bald mal wieder. Bloß irgendwie sind meine Motzen nicht mehr so aktiv. Und ich bin immer schon so beschäftigt mit Chat lesen, gucken, selber reden, bedanken. Da ist man schon manchmal ein bisschen überfordert. Aber machen wir sicherlich auch bei dem nächsten Watch-Shallong mal wieder. Der nächste Watch-Shallong müsste gegen Schalke sein, weil da kann ich ja nicht hin an einem Freitag. Gechter fehlt tatsächlich, schreibt Klaas. Bobic dachte mal wieder, seine Leute sind gut genug. Oremovic, Rochel. Kempf kam für Stark als Ersatz. Das war schon okay. Stark musste mal wechseln. Ja, eigentlich als Linksfuß kam ja Kempf als Ersatz für Jordan. Ich glaube, das war auch einer der Auslöser, warum Jordan dann selber weg wollte. Weil eben Kempf geholt wurde. Und er wusste, er muss sich wieder hinten anstellen. Man hätte ja auch mit Kempf und Niklas Stark spielen können. Und ob jetzt Kempf wirklich viel besser ist als Niklas Stark, wage ich auch mal zu bezweifeln. Vielleicht ist er günstiger, keine Ahnung. Andersrum hat man natürlich, ach ich weiß es nicht. Wir haben Talente, wir haben Marton, Dardai und Gechter, die aus der Not heraus vor zwei Jahren schon mal einen Stamm-Innenverteidiger gebildet haben. Und holen andauernd irgendwelche neuen Innenverteidiger, weil wir immer sagen, nee, das reicht noch nicht. Und im Hintergrund ist schon wieder der Nächste mit Clemens. Du brauchst eigentlich gar keine Innenverteidiger mehr holen. Gib Innenverteidiger ab, wir müssen im Sommer gucken. Manchmal dauert es halt auch eine Weile, bis sich Innenverteidiger stabilisieren. Wir haben es ja bei Kempf gesehen. Ganz ehrlich, Kempf war am Anfang auch gruselig. Der war am Anfang auch absolute Katastrophe. Und der hat sogar Bundesliga-Erfahrung, sprich die Sprache. Also der hat noch nicht mal die Problematiken, die Uremovic und Rochel haben. Aber einen von beiden würde ich abgeben. Vor allem, wenn es mit den Gehältern stimmen sollte, mit diesen zwei Millionen. Wobei das eine Gehalt von Rochel stimmt, glaube ich, nicht. Da hat die BILD sich, glaube ich, verkalkuliert. Da haben wir ja schon öfter andere Summen gelesen. Aber bei Uremovic kann es gut sein. Da kam er aus Russland. Das ist ja zwei Millionen verdient. Kann schon sein. Ich bewerbe mich mal als Mod. Bin auch bei zwei anderen Mod. Kann das ziemlich gut, denke ich. Wenn du mal suchst, kannst mich gerne auf dem Zettel haben. Bin zu jedem Zeitpunkt dabei. Sagen sie am Anfang immer alle. Am Anfang sagen immer alle, ich bin immer dabei. Und dann irgendwann schleift es und dann sind sie auf einmal nicht mehr dabei. Ich muss die Leute hier mal entmodden. Ja, es geht vielleicht auch gar nicht, dass man so viel dabei ist. Aber vielleicht schadet es ja auch nicht, noch einen Mod mehr zu haben. Keine Ahnung. Bloß zu den Streams, wo ganz viele Leute da sind, sind ja meistens auch Mods da. Und da ist es ja, wo man es braucht. Noch kriegst du ja auch selber mit Bannen und so weiter hin. Aber es kann natürlich nicht schaden. Kannst du mir ja mal bei Instagram schreiben. Ja, ansonsten mache ich morgen auch nochmal ein Video zu. Kam heute die Nachricht von RBB, Bild und so weiter, wie krass jetzt noch weiter auf der Geschäftsstelle auch aussortiert wird an Mitarbeitern. Da mache ich morgen dann nochmal ein Video zu. Das war dann schon zu spät. Genau. Kempf ist aber auch ein klassischer Dreierkettenspieler. Da spielt er auch echt souverän. Bei der Viererkette hat er aber echt immer Schwierigkeiten, finde ich auch. Und in der Mitte gefällt er mir auch am besten, wenn er noch so ein bisschen weiter nach hinten ist. Weil wie gesagt, das hat ja jeder offensichtlich gesehen, was seine Stärken sind. Das Blocken ist so dieser letzte Mann zu sein, dann nochmal eine Monstergrätsche zu machen. Das sind seine Stärken. Seine Schwäche ist ganz klar die Spieleröffnung, auch wenn es uns am Anfang anders verkauft wurde. Und deswegen ist es gut, wenn du dann links und rechts vielleicht noch einen hast, der ein bisschen Spieleröffnung kann. Finde ich. Oder was sagt ihr? So, gibt es noch ein paar Fragen? Weil sonst gehen wir in die Reactions nämlich schon mal hinein. Ich glaube, Kempf sieht jetzt auch besser aus, weil seine Nebenmänner schlechter sind. Das kommt natürlich auch hinzu. Aber Kempf, komm. Also Kempf in der ersten Rückrunde, wo wir ihn verpflichtet hatten, weit weg von Oremovic war er da auch nicht mit seinen Aktionen. Das Auswischen in der Geschäftsstelle wirkt ein bisschen wie Vorbereitung zweite Liga. Ja, muss man ja auch vorbereitet drauf sein. Also wenn man sich darauf nicht vorbereitet, wäre es ja fahrlässig. Außerdem sieht es halt finanziell, auch wenn wir in der ersten Liga bleiben, nicht rosig aus. Nur weil wir 100 Millionen bekommen haben, die sind ja am Ende des Jahres eh wieder weg. Und wir haben schon wieder neue Schulden durch das neue Minus, was wir machen. Also es ist ja alternativlos, würde ich mal so sagen. Ganz herzlich. Ja, also würde ich auch sagen, er ist schon safe verbessert, Kempf. Aber ich gebe dir natürlich recht, der gehört nicht zu den Top 10 Innenverteidigern in der Liga. 030 Dominik, danke für dein Stufe 1 Abo, 16 Monate, du geile Sau. Meinst du, wir bekommen noch Geld für Cordoba oder müssen wir es abschreiben? Ich hoffe doch mal, dass irgendwann mal die Kriegssituation da ein Ende hat. Aber kurzfristig wird es wahrscheinlich leider nicht der Fall sein. Tut mir ja leid, mein lieber Schoki, aber ich hoffe nicht, dass Bochum gewinnt. Ich habe gar nichts gegen Bochum, aber ich muss halt hoffen, dass alle unsere Konkurrenten versagen. Ich mache genau das Gegenteil von dem, was immer alle Trainer sagen. Alle Trainer sagen, ihr müsst ja auf dich selber schauen. Ich gucke nur auf die anderen, weil auf uns selber kein Verlass ist. Aber wann hatten wir auch mal einen Top 10 Innenverteidiger in der letzten Zeit? Also Niklas Stark zu seiner Primetime, wo er Nationalgespieler war, war er schon so unter den Top 10, würde ich sagen, Innenverteidigern. Aber das war auch wirklich seine absolute Primetime, muss man auch sagen. Dann sagen wir es so, ich sehe Kempf auch nicht unter den Top 20 Innenverteidigern. Sagen wir es so. Da sehe ich bestimmt mindestens 20 Leute, die besser sind als Kempf in der Bundesliga. Aber er ist trotzdem stabil und bei uns der wichtigste Mann in der Innenverteidigung. Shooterfreak, danke für dein Stufe 1-Abo. Neun Monate am Start. Aus dem Feierabend direkt in den Stream. Guten Abend alle zusammen. Guten Abend. Boyatas erste Saison war sehr geil. Weil, naja, Boyata hat, man sieht dann halt immer erst, wenn jemand weg ist. Aber komm, dreieinhalb Millionen, dreieinhalb Millionen für Boyata im Jahr ist halt auch wirklich irrwitzig. Aber, ich habe mich ja auch ultra viel über Boyata aufgeregt, weil der halt einfach ein Passspiel und eine Spieleröffnung hatte, wie Rochel oder Uremovic. Und ich davon ausgegangen bin, dass man das eigentlich besser können müsste. Aber was natürlich Boyata war, der war in der Luft eine Bank. Sowohl vorne als auch hinten. Also in der Luft, was der immer rausgeköpft hat. Und das habe ich aber immer gesagt. In der Luft, Wahnsinn. Aber immer wieder. Ey, ich erinnere mich auch an so ein Spiel gegen Bayern, wo er als Kapitän, glaube ich, zwei Gegentore durch völlig eklatante Fehlpässe aus den eigenen Reihen verursacht hat. Aber in der Mitte war er eine Bank. Es ist wieder das leidige Thema, wie mit der Ex-Freundin. Sobald sie weg ist, weiß sie dich erst zu schätzen. Aber wir trauern ja niemandem nach. Ja, Boyata war der viel bessere Rochel. Aber fußballerisch auf einem Niveau. Tobias, grüß dich, mein Lieber. Moin, was geht. Aber Boyata ist ja jetzt auch nur verletzt, oder? Wenn ich mal gucke, Verletzungshistorie von Boyata. Das war ja auch ein Problem. Der hat ja gefühlt nie mehr als, wenn es mal hochkam, hat er mal 25 Spiele gemacht. Der war ja jede Saison lange verletzt. Das war ja auch ein Problem. Gechter ist die Zukunft. Ich halte auch viel von Gechter. Ich halte aber mindestens genauso viel von Marta und Dardai. Vielleicht halte ich sogar noch ein bisschen mehr von dem, weil ich mag einfach diese spielerischen Innenverteidiger. Ja, hier, Achilles sehen Probleme hat Boyata schon wieder. Das hat er ja bei uns übrigens auch häufiger mal. Auch ganz oft hier wieder nicht im Kader gewesen. Hat aber auch ein paar Spiele von Anfang an gemacht. Ja, in der Luft, Boyata, wie gesagt, absolutes Viech. Aber auch absolut unbrauchbar, weil wir haben ja seit Ewigkeiten die gleichen Probleme im Kader. Keine Führungsspieler und keine Standardschützen. Und Boyata war auch kein Führungsspieler, aber auch da, wer hätte es denn machen sollen? Es war schon immer die gleichen Probleme. Da hat nicht mal dieser sagenumwobene Stuff mit Kader-Manager, Kaderplaner, Chef-Scout und Freddy B. Dem Messi unter den Managern, nicht mal die haben es hingekriegt, da irgendwas dran zu verändern. Die haben es nur noch schlechter gemacht. Aber mussten natürlich Transferüberschüsse erzielen. Und eins muss man ihnen lassen. Der Transfermarkt ist sehr, sehr schwierig für die Teams, die normalen Teams, die nicht in der Champions League sind. Das muss einem immer bewusst sein. Ich meine auf der rechten IFA, ja. Ja, vielleicht wird Clemens auch ein interessanter Mann. Clemens ist auch ein spielstarker Innenverteidiger. Vielleicht muss er sich das sogar noch ein bisschen abgewöhnen, weil er zu viel spielerisch lösen will. Vielleicht ist er aber auch ein interessanter Sechser. Genauso wie Marthorn. Verstehe ich gar nicht, warum man... Der einzige, glaube ich, in der Bundesliga, der einmal Marthorn als Sechser aufgeboten hat, korrigiert mich gerne, war, glaube ich... War, glaube ich, Felix Magath in der zweiten Halbzeit, wo wir 4-1 gegen Union verloren haben zu Hause. Da hat er auch nicht gut gespielt. Hatte ja da auch keine Spielpraxis. Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass der ein super linker Innenverteidiger in der Dreierkette sein kann oder auch auf einer Doppel-Sechs super interessant sein kann. Was sagst du dazu, dass Dofner Bonuszahlungen bekommen hätte für die Kaderziele? Was für Kaderziele waren das wohl? Die Kaderziele waren... Tja. Tja. Aber es ist ja eigentlich typisch, dass du ein gewisses Gehalt fix hast und ein gewisses Gehalt variabel, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Aber was für Ziele? Ich denke mal, er hat alle Ziele vollkommen erreicht, wenn nicht gar übertroffen. Ganz herzlich. Ich glaube, noch nie hat einer seinen Bonus so schnell erfüllt wie, ich wollte gerade sagen, Fredi Dofner. Dürki Davner. Currybulette, danke für dein Primerwort, zweiter Monat am Start. Magath hatte auf jeden Fall Gechter mal auf die Sechs gestellt und Marthorn als LV... Ja, Marthorn als LV ist mit zu langsam. Da stimmt es mir in der Antrittsgeschwindigkeit nicht. Wer am schnellsten Kaffee kocht, bekommt eine Bonuszahlung. Die haben uns so ausgenommen. Digga, wirklich. Es ist wirklich unglaublich. Ich denke auch, Marthorn wäre ein geilerer Sechser, da kommt sein körperliches Defizit nicht so sehr zum Vorschein, genau. Außerdem ist er... Ich finde ihn... Wirklich, Sechser ist genau seins. Oder halt eine Kombination mit ihm und kämpft. Das kann er auf Dauer, wenn er fit bleiben sollte mal, ist ja das gleiche Problem wie mit Jordan. Wenn er dann spielen könnte, dann ist er verletzt. Wenn er fit bleiben sollte, dann könnte es auch in der Dreierkette gut aussehen, neben diesem Kampf, der ein ganz anderer Innenverteidiger-Typ ist als er. Eigentlich eine gute... Ergänzen sich eigentlich gut. Ein Ziel war, ein Spieler aus Korea verpflichten. Da hat er direkt den Bonus bekommen. Da hat er direkt den Bonus bekommen, ey. Ich hab richtig Druck auf den Kessel. Auf den Kessel, Alter. Der Kessel brennt am... Ich sag euch, der Breisgau brennt am Samstag. Natürlich nur vor guter Stimmung von uns, aber da geht's ab. Meppi hat... ein Video gemacht. Jovetic und Kempf verletzt? Neue Marktwerte. Wer ersetzt Dufner & Co.? Ich hab's euch gesagt. Der hat ein riesiges Loch in der Kantine hinterlassen. Mal gucken, wie Meppi das Loch füllen würde. Let's go. So, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha B.Szenius. Es gibt einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. In zwei Tagen am Samstag spielen wir ja auswärts beim SC Freiburg. Und ich sag euch so, wie es ist, ich hab richtig Angst vor dieser Partie. Morgen gibt es dazu meinen Vorbericht und heute gibt es nochmal so eine etwas andere Newsfolge. Es gibt einige Themen rund um Hertha BSC, die ich einfach nochmal ansprechen würde. Er war beim Friseur, wa? Seiten sind wieder schön frisch hier. Ich möchte ein bisschen über die Taktik sprechen, über unsere Verletztenliste, die sich mal wieder etwas vergrößert hat, jetzt über die Länderspielpause. Über Thomas Herich, noch ein paar Maßnahmen, die den Verein betreffen. Und über die neuen Hertha BSC-Marktwerte. Ich würde sagen, verlieren wir diese Zeit. Vielleicht wird das Video heute sogar etwas länger, um diese ganzen Themen auch mal durchzukriegen. Für Mepi, um das endlich mal durchzukriegen hier. Mepi, für Mepi-Verhältnis für 14 Minuten, wirklich relativ lang. Und sprechen wir eher... Mepi-Pekarik. Stimmt, ein bisschen Pekarik-Vibes. Ein bisschen Tauboga-Vibes, der Mittelscheite. Das war über die erste Thema des Tages, denn es geht um unsere Verletzten. Und langsam bin ich es leid. Wir wissen es. Stefan Jovcic ist einer unserer Spieler, die eigentlich mit jeder Menge Qualität unser Spiel bereichern können. Stefan Jovcic ist eigentlich einer unserer wenigen Stürmer, die wirklich mit einem Gedankenblitz das ganze Spiel verändern. Siehst du, Shalom macht sich nämlich Sorgen um mich. Ich habe nämlich sowas auch schon gelesen. Kann natürlich sein, dass keiner mitkriegt, wenn ich darauf reagiere. Aber man muss es ja für sowas Sinnfreies nicht riskieren. Haben mir nämlich auch viele gesagt, ich wollte ja eigentlich auf den Gamer-Brother-Stadion-Vlog gegen Dortmund reagieren. Aber da war wohl auch einer dabei, der gebannt ist. Ich finde, er hat eigentlich eine relativ solide Saison gespielt. Aber fehlt halt wirklich jedes dritte Spiel. Und ich dachte, jetzt langsam wird Jovcic wieder fit. Aber er hat sich schon wieder verletzt. Die ganze Saison hat er diese ganz kleinen Verletzungen. Also ich will jetzt hier wirklich keine Verschwörungstheorien aufmachen. Aber ich weiß auch von so Fußballern, gab es auch schon mal. Muss jetzt nicht bei Hertha gewesen sein. Die sich einfach denken, ey, ich habe gar keinen Bock jedes Mal zu spielen. Die dann halt auch Leerungen haben. Ey, der hat, also gut, er war seine ganze Karriere schon oft verletzt. Aber jedes Mal, zum Beispiel, komischerweise zur Länderspielpause ist er ja immer fit. Naja, das ist Spekulation. Am Ende muss er einem vielleicht leid tun, dass er immer verletzt ist. War ja seine ganze Karriere so. Sonst wäre er wahrscheinlich einer der ganz großen Fußballer geworden. Aber es nervt einfach nur noch. Pekarik ist wegen sowas ja nicht. Er hat gesagt, Abstiegskampf ist wichtiger. Gut, er hat natürlich auch eine andere Beziehung zu Hertha. Aber der ist wegen sowas ja nicht zur Nationalmannschaft gefahren. Drei Wochen, sage ich mal, ihn verhindern. Und dann kommt er als Schwieger wieder in den Rhythmus rein. Und gerade jetzt unter dieser neuen Formation finde ich es extrem schade, dass Jovetic nicht da ist. Jovetic wäre für mich ein Stürmer gewesen, der vielleicht neben einem Gangkamp noch mal unsere Offensive bereichert hätte. Und ich finde, dass wir jetzt im Sturm mindestens... Ja, vor allem wenn man tatsächlich Viererkette spielen will, wäre Jovetic schon sehr interessant gewesen auf der 10. ... die Qualität verloren haben. Aber die Frage ist auch eben allgemein, mit welcher Formation und vor allen Dingen mit welchen Stürmern starten wir rein in das Spiel. Denn auch Jessica Gankamp und Dodi-Lukebakio haben ja für ihre Länder auf den Länderspielreisen gespielt und haben richtig gut gespielt. Jessica Gankamp hat sogar ein Tor gemacht für Deutschland, für die U21-Auswahl. Und Dodi-Lukebakio hat zwei super Spiele gemacht für Belgien, gegen Schweden und gegen Deutschland. Ich glaube, gegen Deutschland, da stand der so kurz davor, sein Tor zu schießen. Aber es ist immer noch nur Dodi-Lukebakio. Wenn ihr mich... Es ist nur Dodi-Lukebakio? Was soll denn das heißen? Meiner Meinung nach muss Dodi-Lukebakio in den Sturm. Dodi-Lukebakio hat zehn Tore und hat damit mehr als alle anderen Konkurrenten zusammen. Jessica Gankamp sollte für mich der Nehmenmann von Dodi-Lukebakio sein. Denn Dodi-Lukebakio ist einer, der mit einem Gedankenblitz das ganze Spiel verändern kann, der auch die Qualität hat, einen guten Abschluss zu setzen. Und Jessica Gankamp ist der Spieler... Es wäre halt geil gewesen, wenn man Jovo Tic dahinter hat, weil der halt auch mal am Pass spielen kann. Das ist einer der wenigen, die auch mal einen entscheidenden Pass spielen können. Und Prinz, aber Prinz kann es halt nicht die ganze Zeit aufstellen. Wir haben halt keinen, der die bedient. Dodi ist ja jetzt auch eher ein Abschlussspieler und kein Vorlagengeber. Und es wäre halt gut gewesen, wenn man hinter den beiden Spitzen dann Jovo Tic hätte. Aber gut, so ist es halt. Arbeitet, der sehr viel läuft, der auch vom Anlaufverhalten her ein richtiger Kämpfer ist. Und vielleicht die beiden im Verbund, die würde ich mir gerne in der Offensive wünschen. Aber bei Dodi ist es halt wirklich wichtig, dass er versteht, dass er bei einer Mannschaft, die im Abstiegskampf ist, natürlich bringt er uns nach vorne viel, aber wir brauchen den Dodi von der zweiten Halbzeit gegen Leipzig. Der muss auch gegen den Ball in der Bewegung arbeiten, weil sonst geht das ganze Pressing nicht auf. Wenn da einer nicht mitmacht, wenn er das so macht wie in Leverkusen, dann kann er noch so ein wichtiger und torgefährlicher Spieler sein. Denn er versaut uns dann unseren kompletten Defensivplan. Das darf halt nicht passieren. Andersrum, wenn man jetzt gesehen hat, mit Niederlechner hat es auch nicht mehr gebracht, unter anderem gegen Hoffenheim. In meinem Vorbericht zum Spiel gegen den SC Freiburg sage ich nochmal etwas mehr zu meiner Wunschformation. Denn leider fällt Marco Richter für das Spiel gegen den SC Freiburg aus. Er hat keine Verletzung, sondern Marco Richter fehlt wegen einer Gelbsperre. Ansonsten fehlen gegen den SC Freiburg... Ey, Marc-Oliver Kempf schleppt aber seine vierte Gelbe auch schon ewig mit. Der wird irgendwann, ich hoffe, dass es nicht... Naja, jetzt müssen wir erstmal hoffen, dass er spielen kann, aber der schleppt seine vierte Gelbe auch schon ordentlich mit. Eigentlich... Ja, sollte er sich die in Freiburg abholen? Unwichtigere Spiele kommen, kommen. Aber eigentlich wäre es... Aber gegen Bayern wird es ja auch nicht... Irgendwann wird er nochmal fehlen. Freiburg noch schon, Paul Beezius... Naja, als Vorlage gegenüber Tolga. Tolga ist ja eher so der Sechser, der das Spiel aufbaut. Der ist jetzt nicht der, der vorne rumturnt am gegnerischen Strafraum. Also nicht oft, der soll halt hinten... Weil wir halt auch in der Viererkette zu wenig haben, die Spieleröffnung machen können. Außer vielleicht mal an Marthorn. Aber der baut halt das Spiel von hinten auf. Lässt sich auch tief fallen. Wie eben Can das jetzt auch oft macht bei Dortmund. Da wissen wir, es dauert noch ein bisschen. Shidera Yuki und Kirjan Nensohner. Da gibt es aber noch keine konkreten News. Immerhin ist Yuki jetzt schon wieder im Aufbautrink mit dabei. Aber ich sage es euch so, wie es ist. Der Ausfall von Yuki hat so ein bisschen den Knick der Saison dargestellt. Denn Yuki ist wirklich ein extrem wichtiger Flügelspieler gewesen. Vor allem für die Viererkette, wenn wir 4-4-2 gespielt haben oder so. Oder 4-3-2-1. Ja, Richter war halt kein Ersatz für Yuki auf der linken Seite. Ohne ihm können wir dieses Flügelspielerspiel gar nicht mehr aufziehen. Und von daher ist die Umstellung auf Dreier- bzw. der Fünferkette eben auch die logische Entscheidung. Deswegen hoffe ich, dass alle schnell wieder fit sind. Wir haben ja auch eigentlich wirklich kaum Auswahl. Wenn du jetzt mal so überlegst, wenn du jetzt linken für Flügel kannst du kaum noch. Wir haben nur noch Luka Bakio dann für einen Flügel. Ja, Scheren kannst du da aufstellen. Wäre jetzt aber auch nicht mal eine Wunschlösung. Also wir haben ja auch gar nichts mehr so auf der Bank für die Flügel. Kannst du jetzt noch U23-Spieler nehmen? Und wir bald wieder ein volles Team haben. So viel zum Verletzten. So viel zum Spiel gegen den SC Freiburg. Und ich würde sagen, sprechen wir jetzt über die neuen Hertha-Marktwerte. Ich beziehe mich hier auf die Marktwerte von Transfermarkt. Transfermarkt ist, soweit ich weiß, die größte Fußballplattform, was Deutschland angeht. Und diese haben halt eben nun mal alle Marktwerte gelistet. Natürlich nicht die exakten Marktwerte, sondern auch nur Annäherungen. Das heißt, wir sollten die Marktwerte nicht ganz für voll nehmen. Was man aber immer gut ablesen kann, ist die Richtung, wie sich ein Spieler entwickelt. Das heißt, entwickelt sich ein Spieler im Verlauf der Saison zu einem guten Spieler und zeigt er mehr Mehrwert. So steigt der Marktwert. Aber entwickelt er sich... Ich finde die Transfermarktwerte immer noch besser als die von Sky, muss ich sagen. Also gefallen mir deutlich besser. ...lauft der Saison zurück, so sinkt halt auch der Marktwert. Sind Näher dran, finde ich, an auch Ablösesummen. Bei unseren Spielern lässt sich mal wieder ein klares Bild erkennen. Ich würde sagen, fangen wir bei der Verteidigung an. Und bei der Verteidigung gibt es zwei Änderungen. Der Marktwert von Augustin Rochel ist leider gesunken. Das ist natürlich klar, wir haben damals nicht so viel Geld für ihn bezahlt, als wir ihn zu uns geholt haben. Aber das ist auch logisch. Die Saison von Augustin Rochel verläuft alles andere als Reibungslos. Ich bin ehrlich, ich finde Augustin Rochel kein guter Innenverteidiger. Auch Oremovic gefällt mir gar nicht, denn der Marktwert von Oremovic hat sich halbiert. Das ist so krass, ne? Und das ist schon ein absolutes Ausrufezeichen. Ganz im Ernst, im Sommer haben wir unsere komplette Verteidigung. Und ich habe es ja auch in meinem Stream gestern gesagt, da sieht man mal, diese ganzen mittelmäßigen Spieler, selbst wenn du die halbwegs günstig schießt, wir verbrennen ja nur deren Marktwerte. Hingegen, wenn bei uns junge Spieler mal zum Einsatz kommen, wie ein Scherhund, ein Gangkamm, die könnte man rein theoretisch teurer dann verkaufen und hat ja auch keine Ablöse bezahlt. Gut, bei den Gangkamm schon, aber da siehst du ja, wie schnell es geht, eigentlich Mehrwerte zu schaffen. Und dass dieser Weg, dass wir in Zukunft auf die Jugend setzen wollen, genau der richtige ist. Aber dann müssen sie halt auch spielen, sonst kriegen sie keine Marktwert-Updates. Beziehungsweise sonst zahlt auch keiner für die vier Geld. Aber wir haben es damals auch bei Martin Dardai und Gächter gesehen, wie die Marktwerte hochgeschnitten sind, und ob das dann einer bezahlt hätte, ist eine andere Frage. Aber da reichen manchmal 20 Bundesliga-Partien aus, die relativ gut sind und schon hat er einen völlig anderen Marktwert, als wenn er halt die ganze Zeit auf der Bank sitzt. ...mal verschlechtert. Oremovic macht, wie ich finde, keinen guten Eindruck und Augusten Rochel gefällt mir auch nicht wirklich. Und im Vergleich zu Boyata und Stark, muss ich sagen, ist das schon gefühlt ein Downgrade. Oremovic, der für mich nie so wirklich Bundesliga-Niveau unter Beweis stellt und Augusten Rochel, der teilweise viel zu wild und ungestüm noch nicht sich an die Bundesliga angepasst hat. Ja, und auch irgendwie auch nicht selbstbewusst, woher soll es auch kommen? Aber der hat auch nicht wirklich das Selbstbewusstsein, hast du gegen Hoffenheim gesehen, völlig versteckt. Sehr schade und somit haben wir halt eben öfters Lücken in der Defensive. Und auch, ja, jetzt gegen Freiburg haben wir Probleme. Es ist noch nicht ganz klar, deswegen habe ich es vorhin noch nicht gesagt, aber möglicherweise fällt Kempf noch für das Spiel aus. Und das wäre super... Ey, noch bitterer wäre er. Ich will es nicht, den Don't paint the devil on the wall, wie der Franzose sagt, aber noch bitterer wäre er. Es ist ja nicht das erste Mal, wenn auf einmal auch plötzlich noch Martin Dadai ausfällt. ...super bitter, weil dann müssen wir zwangsläufig auf Oremovic und Rochel setzen, sollten wir bei dieser Dreier- bzw. Fünferkette bleiben, was wahrscheinlich eh die angevisierteste Variante ist. Wobei sich das schon sehr danach angehört hat, finde ich, in der Pressekonferenz, wenn... Das ist krass eigentlich, dass er es so gesagt hat, dass wenn Kempf ausfällt, dass wir Viererkette spielen. ...lässt sich zu den Marktwerten sagen, dass der Marktwert von Lukas Ullrich sich erhöht hat, bringt uns aber einen Scheiß-Trick, denn er wechselt Ablösefrei im Ende der Saison, also können wir uns schon mal in die Haare schmieren. Der Marktwert von Ivan Sunic ist um eine Million gesunken. Ich denke... Da hätte er eigentlich auch noch mehr sinken können, wenn die Oremovic so krass abrasieren, hätten sie da bei Sunic eigentlich auch noch mehr runtergehen können, ganz ehrlich. Das ist auch klar, seit der Systemumstellung ist er kein Stammspieler mehr und auch davor war... Er hatte eine kurze, gute Phase kurz vor der Winterpause, das war so die beste Phase von Sunic. Ja, ich sage mal, ein notgedrungen Stammspieler. Ivan Sunic war jetzt nie ein Spieler, der jetzt wirklich negativ aufgefallen ist und jetzt wirklich viele Fehler gemacht hat. Naja. Aber er war auch nie ein überragender Sechser. Er hat mir eigentlich nur durchschnittlich gut gefallen. War nicht schlechter als Solide, aber auch nicht viel besser. Von daher ist... Nicht schlechter als Solide, aber auch nicht viel besser. Okay, jetzt habe ich es gegettet. Die Senkung des Marktwerts ist auch völlig die richtige Entscheidung. Und ich denke, es zeichnet sich so langsam mal sicher... Nicht schlechter als Solide. ...eben auch die Marktwerte von... Ich darf keine doppelte Verneinung nicht benutzen. Es ist ein Serdar, wurden um knapp eine Million gesenkt und... Ja, was soll ich sagen. Es ist vollkommen gerechtfertigt. Ich finde, Niedersong hat Suat Serdar wieder abgebaut. Er wurde eigentlich mal für unsere Offensive verpflichtet, dass er gute offensive Qualitäten zeigt. Er macht auch Tore, aber in den letzten Spielen, finde ich, hat man immer und immer weniger ihn gesehen. Er taucht immer mehr unter, überzeugt und nicht mehr... Sein Passspiel auch, ja? Unfassbar. Was, was... Also, das muss ja eine Kopfsache sein. Was stimmt, als ob er keine 5-Meter-Pässe spielen kann. ...mit Pass statt Fetten, denn er hatte sogar in einem Spiel 5 Pässe. Also, von daher ist das auch die gerechtfertigte Entscheidung. Ansonsten haben wir noch... Aber da ist ja auch keiner, der irgendwie auf ihn Druck machen kann. Jetzt ist Buetsis noch verletzt, aber der hat ja auch leistungstechnisch keinen Druck auf ihn gemacht. Wir haben ja auch im zentralen offensiven Mittelfeld wirklich keinen, der... Also, diese Kaderplanung, da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, Schwarz muss Serdar in den Griff kriegen. Ja, kriegst du aber nicht in den Griff anscheinend. Und er hat ja auch keine Alternativen. Da kannst du eigentlich nur noch irgendwen aus der U23 hochholen und dem mal eine Chance geben. Das wäre wirklich noch eine Alternative. Drei wichtige Updates, die ich noch erledigen möchte. Und zwar, der Markt von Jessen Gangkamp wurde mehr als verdoppelt. Und das ist gerechtfertigt. Jessen Gangkamp, meiner Meinung nach, der Gewinner dieser Systemumstellung. Absolut verdienter Stammspieler. Er ist auch ein Gefühl der Neuzugang. Er war jetzt die letzten zwei Jahre fast nur verletzt. Und er kommt jetzt zurück. Und ist so ein wichtiger Spieler und das vollkommen verdient. Jessen Gangkamp, ich bin ein Riesenfan von ihm. Und ich hoffe, dass er hier immer und immer weiter zubaut. Und dass er auch bei einem Abstieg bleibt. Denn sollten wir absteigen, glaube ich, wäre Jessen Gangkamp so ziemlich mit einer der besten Stürmer der 2. Liga. Hat mir sehr gefallen. Vor allem wäre der auch heiß umworben. Der wird schon so, allein wenn einer einer U21, wenn er jetzt U21-EM nominiert werden sollte und mitfahren sollte. Ich sage euch, da wird es wieder sehr, sehr viele Interessenten für geben. Und ich hoffe, dass er wirklich Hertha so sehr im Herzen hat, dass er erstmal hier eine Weile auch bleiben will. Egal, wie es jetzt weitergeht in welcher Liga. Auch dann die kurze Phase, als er für Fürth wieder gespielt hat. Das waren, glaube ich, so knapp sechs Spiele. Da hat er sehr, sehr gut gespielt. Und ich freue mich, dass Jessen jetzt komplett fit ist. Und ich hoffe so sehr, dass er sich nicht nochmal verletzt. Aber momentan sieht es ja wirklich überragend aus, wie er spielt. Ja, ansonsten, der Marktwert von Willy Kanga wurde um ein Viertel, das heißt um eine Million Euro, verringert. Was aber auch komplett logisch ist. Wir haben damals 4 Millionen Euro viel bezahlt im Sommer. Was soll ich sagen? Er hat zwei Tore geschossen. Genauso viel wie in Ganga. Und Lüke Baku hat fünfmal so viel geschossen. Das sagt eigentlich schon alles. Ein Stürmer, der mir eigentlich am Anfang recht gut gefallen hat, aber immer und immer mehr abgebaut hat. Weil er ihn auch nicht getroffen hat. Und momentan fehlt das Selbstvertrauen bei Kanga. Von daher, das sind die Marktwerte. Fassen wir zusammen. Ja, wir haben mal wieder etwas Mehrwert verloren. Was aber auch komplett logisch ist nach einer weiteren solchen Saison. Wie gesagt, die Marktwerte sollte man nicht ganz für voll nehmen. Es ist aber, wie gesagt, immer so eine interessante Orientierung. Wie entwickelt sich der Verein? Wie entwickeln sich die Spieler? Und die passen das ja auch sehr schnell meistens an. Die passen das ja so schnell an, dass sie sagen, der Spieler ist jetzt für die und die Summe gewechselt. Also ist das ein realistischer Marktwert. Und danach wird es auch angepasst. Wie bei einem Ajok, der ja eigentlich eine gute Zeit hat, seit er in Mainz ist. Aber er ist halt für sechs Millionen und nicht für einen zweistelligen Millionenbetrag gewechselt. Dann haben sie es halt auch runter nach unten angepasst. Trotz guter Leistung in der Bundesliga. Serdar auch schon länger bei vier gelben Karten. Ja, vielleicht ist er, man hat ja immer so eine Hoffnung, dass sie so eine Fußballgeschichten kommen. Vielleicht Serdar, der Matchwinner auf Schalke. Das wäre es doch mal. Du musst auch ablesen, wie viel Geld man vielleicht für einzelne Spieler kassieren könnte. Beziehungsweise in welche Tendenz es sich entwickelt. Das ist immer so recht interessant zu sehen. Deswegen, insgesamt spreche ich darüber eher selten. Heute möchte ich eben mal darüber sprechen. Denn die Tendenz zeigt bei uns nach unten. Naja, also ich finde erstens, Willi Konga könnte noch funktionieren mit ihm. Auch wenn es wirklich zu lange dauert für meine Begriffe. Aber er hat halt auch noch nie im Doppelsturm gespielt. Aber Willi Konga verdient ja auch deutlich weniger und ist jünger als Selke. Also schon aus dem Gesichtspunkt, selbst wenn sie gleich wenig Tore machen würden, finde ich Willi Konga dann trotzdem besser. Aber muss auch mehr liefern, ganz klar. Ganz klar. Aber für mich ist er jetzt erst mal hinter Nankam und Luke Bakio zumindest. Mit Niederlechern muss er sich dann streiten. Naja, mal gucken. Die Saison ist ja nicht vorbei. Wie es dann am Ende der Saison aussieht. Dann möchte ich noch über eine weitere Thematik sprechen. Und zwar geht es nochmal um Fredi Bobic. Und eben die Mitbringsel von Fredi Bobic. Wir wissen ja, Fredi Bobic hat den Etat der Mitarbeitenden bei Hertha BSC enorm erhöht. Er hat viele externe Mitarbeiter angestellt. Zum Beispiel hat er den technischen Direktor Sebastian Zilhoffsi angestellt. Oder Team-Milcher Thomas Westphal. Beide mussten ja auch kurz nachdem Fredi Bobic gegangen ist gehen. Und auch einige andere Mitarbeitende, zum Beispiel jetzt von der letzten Woche, mussten halt eben auch gehen. Wenn ich da zum Beispiel an Kaderplan und Dirk Dufner oder halt eben Babacar Wayne denke. Ich bin froh zumindest, dass einige Lakaien von Fredi Bobic endlich den Verein... Lakaien, das hört doch Dirk Dufner gerne, dass er der Lakaie von Fredi Bobic ist. Verlassen haben, was soll ich sagen, die Arbeit von Dirk Dufner, die kann man nur belächeln. Ich habe es schon mal gesagt, aber selbst ein zwölfjähriger FIFA-Spieler hätte bessere Transfers getriegt als Dirk Dufner. Dem würde ich jetzt nicht widersprechen. Aber der Transfermarkt war halt auch wirklich schwer, muss man sagen. Für die Klubs, die nicht in der Champions League sind. Und von daher bin ich froh, dass Dirk Dufner und eben auch unser Chef-Scout Babacar Wayne den Verein verlassen haben. Und jetzt stellen sich einige von euch die Frage, wer von Fredi Bobic ist denn noch übrig? Und darüber möchte ich sprechen. Es gibt einen Artikel der Bild, der ist recht interessant. Und da möchte ich über die verbliebenen Bobic-Mitarbeiter sprechen. Das heißt, die Mitarbeiter, die von Fredi Bobic extern installiert worden sind. Zum einen ist es unser Nachwuchsboss Pablo Thiam. Pablo Thiam soll auch wohl erstmal bei Hertha WSC bleiben. Er ist halt, wie gesagt, für unsere Nachwuchsabteilung verantwortlich und steht. Der hat bestimmt auch so ein fettes Gehalt. Aber bei Pablo Thiam habe ich irgendwie wenigstens noch ein gutes Gefühl. Alleine schon, weil er halt einen guten Ruf hatte, auch in Wolfsburg. Und die ihn ja eigentlich gar nicht gehen lassen wollten. War ja bei vielen anderen, die Bobic mitgebracht hat, eben nicht so der Fall. Da würde ich mir eher mal Gedanken machen, wie wichtig ist wirklich so eine Position von Thomas Bräuch. Aber da werden sie sich bestimmt auch drüber Gedanken machen. Ich weiß immer noch nicht genau, was ein Leiterspiel-Konzeption macht. Sein 30-minütiges Interview hat mir da zu wenig Aufschluss gegeben. Aber Pablo Thiam, der wird bestimmt ein fettes Gehalt haben, wenn man den von Wolfsburg losgeeist hat. Und Bobic scheint ja nicht so knauserig gewesen zu sein mit den Leuten, die er mitbringen wollte. Es ist vor allen Dingen die Aufgabe, dass unsere Jugend eben ein sehr klares Spielkonzept besitzt. Und dass dieses Spielkonzept auch bis zu den Profis durchgerungen wird. Das ist eine klare Spielphilosophie im kompletten Verein. Bis von der U7 bis ganz nach oben. Und dafür brauche ich einen einzelnen Mitarbeiter, ja. Dafür brauche ich einen einzelnen Mitarbeiter, damit ich das machen kann. Und der Mitarbeiter sagt dann am Ende dem U23-Trainer und dem Trainer der ersten Mannschaft, wie er zu spielen hat? Oder wie soll das funktionieren? Also ich finde ja den Gedankenansatz richtig, was Ajax schon ewig macht. Aber was genau macht er da in der Praxis? Man kann ja sagen, das ist unser Leitfaden, das System, was wir spielen wollen. Aber jeder Trainer muss doch für sich selber sowieso am Ende die Entscheidung treffen. Brauche ich dafür wieder ein... Also das werden die ja sowieso reduzieren und konsolidieren. Ein Glück. Er ist immer noch für genau diese Aufgabe verantwortlich und eine ähnliche... Wurde nicht mal berichtet, dass wir Thiams Gehalt von Wolfsburg verdreifacht haben oder so? Habe ich nirgends gelesen? Vielleicht hast du es irgendwo gelesen. Das habe ich nirgends gelesen. Das wäre aber mal wieder etwas, was in die Ära Bobic reinpassen würde, ganz ehrlich. Und in Wolfsburg wird man sicherlich nicht schlecht verdient haben. Die Aufgabe übernimmt zum Beispiel eben auch unser, sage ich mal, oder auch der Leiter für die Spielkonzeption Matthias Borst. Der wurde damals auch von Freddy Bobic verpflichtet, durfte bleiben. Und auch Thomas Bräuch, der vor allen Dingen für die Jugend verantwortlich war. Achso, ich dachte, Thomas Bräuch ist Leiter der Spielkonzeption. Was ist Thomas Bräuch? Alter, so viele Leute. Durfte jetzt auch vorerst bei Hertha BSC bleiben. Ansonsten recht interessant. Wir haben einen Chefanalytiker, das ist Gabor Rühr. Auch er gehören weiterhin zu Hertha BSC. Und auch Thomas Herrig äußerte sich zu dieser Frage, ob jetzt alle Boch-Mitarbeiter gehen müssen. Nein, natürlich nicht. Und ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Monaten entwickelt. Zumindest wird langsam aber sicher ein Schlussstrich unter der kurzen Ära von Freddy Bobic gesetzt. Und ganz im Ernst, ich bin zufrieden damit. Für die Leute, die sich übrigens fragen, wer übernimmt jetzt eigentlich die Aufgaben von Dirk Durf? Das Krasse ist, ihr könnt euch ja noch erinnern, dass ich so letztes Jahr nach der Saison so eine Bobic-Analyse gemacht habe in zwei oder drei Teilen. Wie viele da immer noch gesagt haben, dass ich viel zu kritisch bin. Und eigentlich konnte man ja, auch wenn wir es von außen nur betrachtet haben, schon an den Transferphasen sehen und an den Leuten, die er mitgebracht hat, hat man doch damals schon gesehen, dass das nicht der richtige Weg ist. Wir haben es bloß jetzt erst in Zahlen quantifiziert, dass das uns wirklich personalkostentechnisch in den Abgrund reißt. Und man sieht es jetzt auch daran, wie wir konsolidieren und dass wir nicht jede Stelle neu besetzen, sondern rausschmeißen und dann mehrere Aufgaben verteilen. An eine Person von vorher mehreren Personen. Aber das konnte man eigentlich von außen echt gut sehen, dass der nicht lange gewartet hat und erstmal einen riesen Stab an Mitarbeiter mitgebracht hat, wo man jetzt nicht bei jedem, wie bei Tiam, sagen konnte, der hatte den besten Ruf und wir haben da den besten losgeeist. Wie zum Beispiel bei Dufner, wie zum Beispiel bei Baba Kavane. Das waren ja jetzt nicht die, wo man gesagt hat, das waren die Meister in ihrer Disziplin. Ein Glück haben wir die bekommen oder auch an die Menger oder so. Und Co, da kann ich auch eine Antwort geben. Und zwar, bevor Freddy Bobic hier angestellt worden war, hatten wir einen Chef-Scout. Dieser Chef-Scout hieß Sven Kretschmer. Ich glaube, einige von euch kennen sicherlich noch Sven Kretschmer. Und er wird jetzt wieder mehr Aufgaben bei Hertha Base übernehmen. Er wurde unter Bobic zu einem normalen Scout degradiert. Das heißt, er hat ein bisschen an Aufgabenbereichen verloren. Jetzt soll er mit Benjamin Weber zusammen die Transferplanung übernehmen. Und jetzt sage ich ganz im Ernst, ich habe dazu auch noch eine Meinung. Also ich finde es nicht ganz so gut. Ich finde auch Sven Kretschmer und vorher haben wir jetzt nicht die überragendsten Transfers hingelegt. Aber sie waren auf jeden Fall nicht schlechter als das, was in der Zeit von Baba Kavane, Bobic und Dufner passiert ist. Das kann man schon sagen. Ich finde, wir brauchen wirkliche Expertise in unserem Verein und das in vielen mehr Bereichen. Sven Kretschmer und Benjamin Weber, es wirkt halt eben so wie ein Schritt zurück anstatt ein Schritt nach vorne. Aber ich bin gespannt, was die nächsten Transferphasen so für interessante Dinge... Ja, die Frage ist, was wäre denn ein Schritt nach vorne? Welchen Schritt nach vorne können wir uns noch leisten? Können ja jetzt nicht alle rausschmeißen. Muss ja auch Abfindungen bezahlen und so weiter. Und welcher Schritt nach vorne will überhaupt noch zu uns? Das ist halt wirklich die Frage. Aber ich verstehe natürlich seine Anmerkung auf uns zukommen und wie die sportliche Lage dann bei uns sein wird. Ansonsten muss man eben sagen, dass Hertha BSC diesen Sparkurs absolut durchzieht. Wir haben ja eben auch uns zum Beispiel von Dirk Dufner und Co. getrennt, da wir die Personalkosten drastisch senken müssen. Das hat Thomas Herich auch nochmal verdeutlicht. Auch bei der Geschäftsstelle von uns müssen einige Mitarbeiter den Verein verlassen. Und wie gesagt, das ist absolut logisch. Und ja, ich bin gespannt. Ich verstehe bloß eine Sache nicht. Als Fredi Brubisch hier angestellt worden war, war doch langsam mal sicher klar, dass die finanzielle Lage, sag ich mal, nicht so berauscht ist. Wieso hat er ein externes Team, geführt hier mit 10, 12, 15, vielleicht sogar noch mehr zusätzlichen Mitarbeitern hier angehäuft, die vor allen Dingen extrem viel Geld verdienen? Das verstehe ich halt einfach grundsätzlich nicht. Und von daher ist dieser Sparkurs bei Hertha BSC nochmal brutal. Man muss da auch sagen, man kann den Aufsichtsrat da auch nicht aus der Pflicht nehmen. Ich hatte das auch irgendwo gelesen, es gibt ja Budgetvorgaben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damals schon gesagt haben, wir müssen Transferüberschüsse erzielen. Der hat ja die Transferüberschüsse durch seine ganzen Einstellungen von zusätzlichen neuen Mitarbeitern, ohne erstmal zu checken, welche Mitarbeiter man behalten könnte, welche man dann austauscht vielleicht durch diese Vielzahl an Mitarbeitern, hat er ja fast seine Transferüberschüsse egalisiert, muss man mal wirklich sagen. Plus er hat ja auch noch ein bisschen Geld ausgegeben, aber das beinhaltet ja das Wort Transferüberschüsse. Aber da kann man den Aufsichtsrat auch nicht aus der Pflicht nehmen. Ja, da sitzen jetzt nicht die absoluten Fußballexperten drin, vielleicht ist das auch das Problem. Aber das wurde ja eben auch mal berichtet, dass es eben eine gewisse Budgetierung gibt, die vorgegeben wird eben auch. Und die kann doch gar nicht eingehalten worden sein. Wenn das im Rahmen der Budgetierung war, dann haben sie ja auch einen Fehler gemacht. Also aus der Verantwortung kann sich der Aufsichtsrat da aus meiner Sicht von außen betrachtet eigentlich auch nicht komplett ziehen über die letzten Jahre. Nebenkosten, auch zum Beispiel beim Team, um den Team herum und ursprünglich Profiteam herum, ist das extrem hoch. Auch da wird weiterhin gespart und an der Geschäftsstelle müssen einige Mitarbeiter ja erstmal den Verein verlassen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst dir ein Like da. Machen wir. Ich fand das Video wieder gut, kam mir auch kurzweilig vor, trotz für Mepi relativ, relativer Überlänge hier. Genau. Der nächste, der gehen muss, ist Menger, wird locker auch passieren, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Einen Schritt zurück, zwei nach vorn. Ja, eben. Und wie gesagt, diese großen Schritte quasi mit dem Aufzug statt mit den Treppen, die können wir uns halt bildlich gesehen auch gar nicht leisten. Und so eine Leute können wir auch gar nicht zu uns loseisen. Was ist eigentlich mit Jim Daui? War das nur ein Werbegag von Bobic? Ja, da wird er auch ein bisschen die Hoffnung mit gespielt haben, dass man den vielleicht ein-, zweimal in der Bundesliga auch einsetzen kann. Ich meine, weniger Flügelspieler als jetzt geht er eigentlich kaum noch. Er hat jetzt auch nicht komplett überragend gespielt in der zweiten, war auch lange verletzt. Ejuke ist verletzt, Richter fehlt. Wann im Kader, wenn nicht jetzt? Aber es ist halt wirklich nochmal ein krasser Unterschied von der vierten Liga zur Bundesliga. Das muss man einfach sagen. Deswegen ist es auch von mir immer leicht gesagt, er schmeißt die Jugendspieler rein. Vielleicht sind die auch einfach noch nicht so weit. Das ist von außen wirklich schwer zu betrachten. Andersrum haben eben Trainer wie Magath und Pahl es auch immer einfach gemacht. Und es ist ja nicht schlechter gelaufen. Im Gegenteil. Hätte Pahl nicht auf Jordan, auf Mittelstädt, auf Meier, auf später dann Gächter und Martin gesetzt, dann wären die vielleicht auch alle gewechselt und wären gar nicht zu Bundesliga-Einsätzen gekommen. Bobic und Co waren wie Michael Jacksons Moonwalk. Es sah aus, als würde es vorwärts gehen, aber es ging komplett in die andere Richtung. Richtig, nach hinten losgegangen ist es nämlich. Bildlich gesprochen, der war wirklich stark. Der war wirklich stark, Mr. Phony.